Ja, hi, willkommen. Mein Name ist der Nero EP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Xylia. Und ich hab mich schon wieder nicht vom Fleck berührt. Bin ich nicht klasse. So. Weiter geht's. Wir sind eigentlich hier kurz vorm Ausgang dieses Gebietes, wenn ich mich nicht irre. Was ich natürlich nie mache. Und nein, auf dich kann ich ruhig verzichten. Schacht 4, ja sicher. Jetzt kommt nochmal so ein riesiges Gebiet. Oder auch nicht. Brust? Was? Was soll denn Brust sein? Was genau ist ein Spiritsfossil? Wenn ein Spirits verliert seine Mannschaft, er sich in diesem Weltkrieg als eine Stung. In anderen Worten, du sagst, dass der Spirits stirbt? Ich habe nie wirklich gehört, dass etwas so passiert. Was ist ein Spiritsfossil? Was ist das so passiert? Was ist das so passiert? Nichts, was ich weiß. Hm. Was ist das so passiert? Nein. Lass uns ja speichern. Das wäre eine gute Idee. Da ist auch ein Spiritsfossil. Was für ein geiler Zufall. Ähm. So nah. Aber so fern. Ah. Hallo. Hallo. Und da auch. Nein. Kann ich nicht einfach darüber springen? Hallo. Habt ihr nicht gesehen, wie er in der Luft kämpfen kann? Hallo. Hallo. Wie kann er locker so hoch springen mit ihrem Bein? Sack. War klar. Pup. Da. Nächstes Mal haust du mit deiner Faust auf. Das geht bestimmt schneller. So. Was haben wir hier? Hey. Kraut. Und noch mal zum kaputt kloppen. Das geht irgendwann auf den Daumen. Altes Fossiliertes Insekt. Wir brauchen keine Insekten. Wir brauchen Geister. Ähm. Oh mein Fernseher macht da irgendwie nicht mit. Das sieht es alles so verschwommen aus. Vielleicht sieht man nicht in der Aufnahme. Ähm. Bläh. 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 Geh weg. So. Na, einer kommt direkt zur nächsten. Ha. Hier bin ich schon mal. Und wir sind mal Tränke des Lebens. Da ist ein Loch. Oder? Ha. Ha. Ich will mal versuchen. Kann ich auch dreimal aufladen? So. Jetzt schnell rein. Bläh. Na toll. Jetzt wartet er ja draußen. Du sank. Blau Jasmin. Geschicklichkeit um zwei. Oh Mann. Okay. Niemand da. Ja. Da sind sie. Äh. Muss ich gleich nochmal rum. Mein Gott sind ja viele Sachen. Was bist du denn? Okay. Dreimal. Komm schon. Jawoll. Ach der hat gesehen. Tut mir der Daumen weh. Oh. Da war wieder so eine schöne Schatztruhe. Hi. 5000 galt. Ja. So. Jetzt nochmal. Ha. Kann ich auch viermal aufladen? Vielleicht kriegt man ja bessere Sachen wenn man dreimal auflädt. Ja. Gegen mich. Gegen mich habe ich noch nicht gekämpft. Hat sein. Ich dachte schon irgendwie ein starker Gegner. Wie das Ding. Das Name hier nicht erwähnt wird. Aber. Und was machst du damit tun? Ah. Boah. Ich schaffe es nicht mehr hier so auszuweichen. Wann hast du das gezaubert? Aber das noch. Okay. Und direkt heil. Brauchst du nicht. Aber. Ich möchte es einfach so. Und Falkensturm. Und Sound Squad. Und schon sind 3 TP weg. Wie mache ich das? Leia. Leia. Du bist gut? Ich bin gut. Ich muss sein. Weil es keine Sinn hat, dass ich dich mitgekommen bin. Okay. Kein Problem. Wir sind beide heiler und es kann nichts passieren. Es kann wirklich nichts passieren. Wir sind unbesiegbar. Wenn wir jetzt noch Elise hätten, dann wären wir Götter gleich. so. Hier ist ein Loch. Uuuu. 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 Ich glaube, wenn ich die 3 erreicht hab, hätte er sowieso auf. So. Was haben wir hier? Hom und Ehre, ultimative Waffen? noch nicht noch nicht wie galt habe überhaupt 10.000 aber noch ein gericht ich kann mir nicht aufrufen 2 ok entschuldigung dass ich gefragt habe und das noch so ein ding und das ist ein hebel das hat das zu bedeuten meine daumen mein daumen ich habe mich mehrere daumen an eine hand nur zwei ich muss jetzt hier gleich irgendwo zurück aber das ding so aggressiv voll monströs opfer der törner auch sechs und nein wie kannst du sagen sagt vor der tat voll gebracht und schon sind zwei tod wie habe ich das gemacht noch mal weil sie sein aber auch verstehe ich warum das manchmal nicht ein gewissen herr war noch nicht für gegner so kein problem so truhe sektenflügel ich nehme da hier am stück kann auf ja wer hat gedacht oder habt ihr echt gedacht ich habe mich überhaupt nicht bewegt während den letzten aufnahmen nein ich bin immer zum speicherpunkt natürlich zurückgegangen habe dann am nächsten tag aufgenommen ihr versteht nein quats klotz da wir haben schon genug quats klötze ungefähr 34 von diesen quest hoffentlich werde ich auch für 34 bezahlt so und jetzt ja langsam macht sich das gedrückt spürbar hilfe nur truhe vor allem ich drücke die ganze zeit mit dem daumen hier ja ich drücken aua ich werde die ganze zeit hier x drucken das stapelt sich dann dieser schmerz warte mal ja habe ich irgendwie ich weiß nicht was wir los ist soll ich gerade kann ich auch nicht auf jetzt geht es mal wenn ich irgendwas drücke aber 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 ich sehe die kamera okay und ich bin wieder am anfang wie habe ich das geschafft ich muss mir unbedingt merken von wo ich komme und wo ich hin muss ich werde sowieso kommen auf screen werde ich sowieso noch hier herum latschen und zehn schätze finden die ich übersehen habe wie zum beispiel den schatz blühen mein schutz was sicherheit geht vor also ist wirklich eine ausrüstung gegenstand der zu haben mehr verteidigung ich weiß nicht weil da möchte ich als ausrüstung haben also als dekoration kann ich auch mal irgendwann wieder nach gucken aber ich damit den dekoration spaß geht glaube ich erstmal wieder los wenn mehrere charaktere da sind und lehrt gerade frisch uns angeschlossen 2.100 was brauchen wir nicht direkt von steigen mit den klamotten war erst aus meiner sicht verschwunden aber auch nicht gut und sagt und wie viel takt abzieht das ist auch unnormal ach komm schon wir hatten bitteschön nicht gezählt oder das ich bin doch perfekt am ausweichen ich bin perfekt ich habe ich absichtlich treffen lassen ja ja auch perfekt ja sicher das ist wieso zählt das nicht ja ja wenn du so was machst ist ja klar ich habe verdammt und wir haben das rezept ein ballern ich glaube jetzt habe ich nicht mehr ein galt rezept das sammle ich lieber die gerichte damit sie meinen inventar schimmeln hui tschüss gott staub kohl ja wo geht es dann gleich weiter da darf ich danke ich kann mich nicht kaputt machen oder so hier möchte ich auch nein wenn er leichter steht da habe ich jetzt mal schon kann ich mitten dreier dingen das ding sofort kaputt machen ich glaube ich nicht möchte nächstes mal ich bin schon mit dem linken daumen drücken so verzweifelt bin ich na und noch mehr galt wie viel geld bekommen es ist zu fassen hat er noch nicht mal ab hau und auch los kommt alle wir getroffen hat diese ausreich nicht zählen sagt und du bist tot verzeihe ich ja wohl aber er kloppt mich mit jude mit soll denn ich muss ein paar fänden wie das was nicht eingesetzt was stimmt mit dir nicht mehr und dann beende ich diesen part hier und wir sehen uns beim nächsten mal schüttel